Guten Morgen. Fisch ist dann noch am Schlafen. Heute kommt neue Blumen. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir haben ein schönes Wochenende gehabt. Bei einigen von euch ist ja noch Feiertag, Wuppertal. Und die Umgebung ist ja heute ein Feiertag, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Hier im Norden nicht. So hässlich, der Wichser. So, der streng limitierte Sugar Gang Adventskalender ist jetzt am Start. Der ist sehr, sehr, sehr schnell ausverkauft. Also beeilt euch, wenn ihr den haben wollt. Das ist ein richtig geiles Ding. Einfach auf den Link klicken und gönnen. Gut.